und weiter geht's noch ein schimmer kraut und drei kopfjäger hier schmerz mitnehmen was mich ein uhr lasst mich in ruhe bleibt alle da schimmer kraut haben wir schon mal für nur noch drei kopie da ist er ja schon wieder so waren sie noch zwei der schnee schreiter müsste auch jetzt gleich im moment gekommen doch nicht mal zu lange warten der mich herum läuft mal gucken wenn er kommt und ich bin die quest ab freudehöhle ist auch schlicht weil sie noch sehr viele see und schneeschreiter die alle stehen sind sehr dicht beieinander wie hier die beiden stillen hier auch hat man alleine nicht viel chance ist wie die menschen kopfjäger gerne hier oben hat man mehr oder weniger seine ruhe außer der schneeschreiter der langsam manchmal vorbeiläuft aber so kann man geschild hier zumindest in classic kann man den hier machen die quest fertig machen die höhe muss ich noch vollständig erkunden kann ich gleich mit dem schurken machen verstohlenheit gehe ich ja durch und fertig dann kann ich eigentlich jetzt jetzt eben machen genau gehen wir die questen ab für level ab reicht ja nicht brauche noch einen halben level ganz schön die höhle erforschen werden verstohlenheit nie gemacht ich habe voll noch nie ein schurken gespielt für mich eine premiere das schleicht ja ohne ende noch mal gleich was für das ach so kleine mini bar wertlos jetzt hier bei dem wetter im wasser zu baden ich nicht ist mir zu kalt gibt aber menschen die machen das bei eisigem wetter so gehen wir die quest eben ab wir gehen wir die höhle erforschen vielleicht treibt man auch ein einzelner kopfjäger weiß ich nicht haben wir in der umhang ein besser arm schienen schlecht mein umhang ein rüstung besser ja bin ich immer das war das müll 46 genutzt bei 52 höre ich ok wollen wir mal zur höhe gehen höhle frost mahne wollen wir mal ein trolle frost mahner wollen wir nicht was haben wir denn da kopfjäger kopfjäger ach mein gott bringt nichts das bringt gar nichts aber da haben sie mich doch gesehen kopfjäger kopfäger 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 Vielen Dank. Okay. Okay. Ach, der Schnee und der Schnee. Schilberry-Style. Auch etwas Dengliches. Entweder Englisch oder Deutsch. Nein, die müssen alles durcheinander mixen. Warum nicht nur ein bisschen Französisch oder Italienisch dabei? Dann klingt es vielleicht noch bekloppt. Ach, wo gehe ich schon überhaupt gelangen? Was mache ich hier überhaupt? Okay. 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 Point Duk mean dazu. Okay. Oh, okay. Was mache ich jetzt hier für einen Scheiß? Wo bin ich hier? Hä? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Ach so, hier bin ich. Ja, stimmt doch. Stimmt doch. Mal sehen, wie es weiterläuft. Bis denn.